Ja, herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau, die wahrscheinlich nur ganz kurz wird. Ja, Corona, Weißrussland, der weißrussische Präsident, weil er Corona ignoriert, hat er sozusagen, kriegt Lukaschenko jetzt einen Propagandabericht gegen seine Person, ja, irgendwie. Und natürlich werden dann natürlich nur die zitiert, die ihn als Diktator kritisieren und so weiter. Ja, aber vielleicht macht er es als Einziger wirklich richtig, indem er Corona ignoriert und richtet dadurch für sein Land den geringsten Schaden an. Wissen wir ja nicht, ist ja möglich, ja. Und dann auch Dänemark und andere Länder bestrafen jetzt Schweden für ihre Unbotmäßigkeit, ja, weil die sich nicht dem Corona-Diktat der weltweiten Pharmaindustrie und Medizinindustrie unterstellt haben. Nicht vollständig, sondern nur halb, kriegen sie jetzt Prügel, indem sie sozusagen nicht einreisen dürfen. Dabei müssten die Schweden ja viel ungefährlicher sein, da sie ja eine viel höhere Herdenimmunität als die Nachbarländer haben dürften. Es ist also eine reine Schikanemaßnahme, die mit den Fakten wohl nichts zu tun hat. Denn das bedeutet ja eben nicht, gerade in Schweden ist ja sozusagen die Zahl der aktiven Virenträger wahrscheinlich viel geringer als in allen anderen Ländern. Ja, und ja, und vor allem auch der Anfälligkeiten. Naja, also kurz gesagt, schauen wir uns nochmal unser Tagesbildchen hier schön an. Und es läuft auch eben gerade, wurde auch eben was gezeigt, ja, so wieder Studien seien veröffentlicht wurden, dass angeblich Millionen Menschen vor dem Sterben gerettet seien, worden seien durch die Maßnahmen. Wie will wer das angeblich beweisen? Wer hat diese Studie gekauft und bezahlt und wie wurde daran gedreht? Denn das ist doch sehr schwierig zu beweisen, wenn man von Weißrussland zum Beispiel, wenn man da noch nicht mal als Journalist noch nicht mal mal 10, 20 Zeugen kriegt, die alle sagen, dass in ihrem Umfeld jetzt plötzlich ungewöhnlich häufig gestorben wird, wenn noch nicht mal das beizubringen ist. Wie soll dann ein Beweis dafür sein, dass da wirklich Menschenleben gerettet wurden? Also das ist, ja, diese propagandartige Darstellung geht sicherlich gut, aber sie stimmt wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Realität überein. Ja, von daher, so viel für jetzt. Generell kann man sagen, dass also die Menschheit es wohl schwer haben wird, eine Lösung zu haben und dann, also eine Lösung zu verstehen. Und dann lade ich jetzt mal kurz noch ein, wo bin ich? Lade ich mal kurz hier ein. Morgen Abend um 18 Uhr können noch ein, zwei Talkgäste dazukommen zur wissenschaftlichen Tagesschau heute. Talkshows Demokratie pur, freie Argumenteplattform. Einfach anmailen, also nextscientistsforfuture.de und anmailen, anrufen und dann, ja, dann macht man ein kurzes Vorgespräch und dann kann man an der Talkshow teilnehmen. Ja, also das heißt, was macht jetzt die Politik? Die Politik versucht, ihre Haut zu retten. Sie versucht, dafür zu sorgen, dass niemand auf die Idee kommt, dass Tansania und Weißrussland vielleicht richtig geahnt haben, dass es sich um kein Killer-Virus handelt, sondern um eine kräftige Grippe, wegen der man keine Maßnahmen machen sollte, wenn man seine Volkswirtschaft nicht ruinieren will und seine Gesellschaft nicht ruinieren will. Und da versuchen die Politiker, ihre Haut zu retten, indem jetzt solche dubiosen Studien erscheinen, dass angeblich Millionen Menschen gerettet worden seien und das heißt, wenn das stimmen würde, müssten jetzt in Weißrussland und in Tansania die Menschen sterben wie die Fliegen und dann müsste es Zeugen geben, massenhaft Zeugen für die Journalisten geben, die in die Kamera rein sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sind im letzten Jahr nur zwei Personen gestorben und dieses Jahr sind schon sechs, sieben, acht, neun, zehn gestorben und dann hätten wir einen Hinweis, dass da wirklich was dran ist. Ansonsten haben wir eigentlich nur ein riesiges Propaganda-Bemühen, bei dem wir nicht wissen, ob es nicht am Ende doch nur darum geht, dass die Politiker versuchen, ihre Haut zu retten, dass keine Wut auf eine mögliche Fehlentscheidung der Politik entsteht. Und dafür muss eben auch Schweden niedergemacht werden, obwohl die das Ganze ja nur halb gemacht haben. Aber wie gesagt, ich wäre interessiert an den Presseberichten aus Weißrussland. Vielleicht noch zum Schluss, warum glaube ich so wenig? Warum glaube ich einem Arzt gar nichts mehr? Wegen der naturwissenschaftlichen Beweisführung. Der erste Früharzt der Evolution sagt, hier ist noch in der Wahrheit, und sagt, ihr müsst euch einfach weiter gesund ernähren, ihr müsst weiter liebevoll in euren Kommunen leben und dürft auf keinen Fall die modernen, denaturierten Nahrungsmittel essen. Und der steht jetzt unter Bedingungen des Marktes in Konkurrenz. Markt, wie ihn zum Beispiel Professor Sinn verteidigen würde oder Dr. Markus Krall verteidigen würde. Unter Bedingungen des Marktes entsteht irgendwann ein sich irrender Früharzt. Und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die denaturierten Nahrungsmittel essen, die sind genauso gesund, daran liegt es nicht. Ihr müsst einfach nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung und Chemotherapien und Operationen kaufen. Und dann könnt ihr maximal gesund werden. Und die Leute ernähren sich dann falsch, werden chronische Dauerpatienten. Er verdient richtig viel, kann zwei Kinder ernähren. Und hier mit seinen drei Enkeln, zwei Urenkeln und so weiter breiten sich seine gewinnbringenden Irrtümer aus. Hirnheiser hat sie gerade in einer Sendung, die ich entdeckt habe, hat sie die zehn Mythen der Krebstherapie oder so genannt, der Onkologie und so weiter, wo er eben ganz klar darstellt, dass eben in der Medizin lauter Mythen, lauter Dogmen existieren, die völlig unrealistisch sind. Und die Naturwissenschaft hat eben dafür die Beweisführung ja jetzt geliefert, dass es so sein muss, dass sich eben nur gewinnbringende Irrtümer ausbreiten, unter Bedingungen des Marktes, weswegen wir ja den Markt beenden sollten, durch zum Beispiel eine Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, damit dann eben nur noch wirklich wahrheitsgemäße, gesundheitsförderliche Ideen sich ausbreiten und nicht geldbringende Irrtümer sich ausbreiten, die in Wirklichkeit die Krankheit der Bevölkerung vergrößern, um daran quasi verdienen zu können. Und das alles ohne böse Absicht. Das ist also keine Verschwörung, sondern in der Marktdynamik steckt die Ausbreitung von Irrtümern, die sich dann als gewinnbringende Irrtümer erwiesen haben. So, das war es für die kurze Tagesschau heute. Morgen sehen wir also wahrscheinlich die Talkshow. Also morgen dann um nach 18 Uhr, dann wird irgendwann veröffentlicht die Talkshow Demokratie pur. vom Dienstag, 18 Uhr. Also, das war es für jetzt. Tschüssi, bis bald.